Das ist Max Bunny. Max Bunny ist in Prater. Das ist hier Wiener Prater. Das ist hier ganzjährig geöffnet, jeden Tag. Ganzjährig geöffnet, Hauptsaison 15. März bis 31. Oktober. Täglich von 10 Uhr bis 24 Uhr Witterungs- und Betriebsabhängig geöffnet. Das Areal ist nicht versperrt, der Vergnügungsparkt ist 24 Stunden drin, ist doch geil. Und hier gibt es alles, was der Herz für gern hat. Auch ziemlich geisteskranke Scheiße ist hier, aber man kann auch auf jeden Fall Spaß haben. Man wird halt abgezockt, aber man kann Spaß haben. Die Preise sind deftig. Hier ist der Joker. Wir greifen zu und genießen. Es gibt so viel zu essen, Autoscooter, Riesenräder, Geisterbahn, so wie der Hamburger Dom nur. Ganzjährig. Immer. Ja, auf jeden Fall. Früher stehe ich hier. Früher habe ich Jurassic Park gelebt. Hier sind die ganzen Dinos. Da vorne ist auch noch ein Burger King. Da vorne ist Speedy Gonzales. Der Wiener Prater, ja das ist nochmal, wenn wir uns in Wien besuchen nochmal die Kirsche auf der Torte oben drauf. Die Kirsche auf der Torte oben drauf. Dort kommen mal Zuckermguez gegen diese hier. Puh püch! Pupup! Yo! Jetzt wird sie zu fressen! Rangos! Das ist Hungar! Ah! Die sind da sehr krass, da haben viele Problemsgefallen. Da fahren die rum hier. Wenn es zu geisterbar war, dann kannst du besser machen. Da vorne ist die Schlange. Krass, das ist so eine Schlange! Die Black Mamba! Das ist zum Beispiel die Funk-Show. Da sind immer Kinder und so russische Teufels-Kreaturen, so Teufels-Amten hier. Aber das wird halt auch von der präversen Elite gespeichert. Brot und Spiele für die Allgemeinheit. Und die Sonderklassen, die Eliten, die hocken im 5-Stern-Hotel und essen Kaviar und trinken Champagner. Weil wir uns hier zu der Black Mamba begnügen. Da vorne gab's noch immer noch einen Burger King, glaube ich, oder? Burger King, Burger King. Ich wollte schon sagen. Ich wollte sagen, da ist noch Burger King. Ich wollte schon sagen, da ist noch Burger King. Ich wollte schon sagen, da ist noch Burger King. Wie der Vater. Wetter ist ein bisschen windig, ein bisschen kühl. Aber die Sonne hat vorhin noch gezogen. Deswegen dachte ich, ich mach jetzt mal ein Video besser wie abends. Vielleicht will ich da später noch andere Sachen machen. Und dann bin da ziemlich schon im Arsch. Ganz den Tag am rumlaufen, das Grab von Falco besucht und da und dort. Und wo ich überall war, ich hab fast alles abgefahren hier in Wien. Fast hier in der U-Bahn-Linie abgefahren. Da vorne ist noch Scout Rock. Jo, genau. Da gibt's viele Fahrgeschäfte zum Rutschen. Für die Kinder viel Magic. Magic Dreamland. Ja genau, ich denke auch Mannschafts mit Magic Dreamland. Da vorne ist noch der Turbo Autodrom. Viele Fahrgeschäfte, Autoscooter. Die wilde Mauers. Wie auf dem Heinerfest. Alles, was das Herz begeht. Alles, was das Herz begeht. Alles, was das Herz begeht. Ja, das ist gut. Es ist nicht so viel los. Abends sind wir mehr los. Wir haben jetzt schon kurz vor 18 Uhr. Aber nicht so viel Lust. Egal, check's aus. Aus der Eifelturm noch wieder fragen. Auf dem Applaus ist es dabei. Zu greifen nah. Check's scheiße aus. 10 Applaus. Teilen, liken, und subscribe. Yeah! Woo!